Die Martina hat es ja schon gesagt, ich habe den Master gemacht an der Akademie der Bildung und Künste in Nürnberg und das ist ja ein Lehrstuhl für Soziologie und Stadtforschung gewesen und das war die erste Arbeit, die letzte Arbeit, die ich dort gemacht habe und die heißt Kegelbergwelten, also eine unendlich grüne Stadt, die, also so lange beschäftigt mich das Thema schon. Ich würde mal zu dem, zum Beginn mal was ganz was Kurzes vorlesen aus einer kleinen utopischen Geschichte, damit man da so ein bisschen einen Einstieg findet. Da geht es um eine Stadt, die vielleicht 50 Jahre entfernt ist, ich halte den Zeitraum für zu wenig, aber hier lebe und arbeite ich, mache Urlaub, erhole mich, treibe Sport und besuche alle möglichen kulturellen Veranstaltungen und sonstige Events. Deswegen bin ich viele Jahre schon nicht mehr aus der Stadt herausgekommen und habe das auch nie vermisst. Ich fand das total toll, weil das praktisch eine Utopie beschreibt, die auch ganz viele Probleme letztendlich löst, aber auch viel aufzeigt, was wir momentan auch für Probleme haben. Ich würde mal anfangen mit den Begrifflichkeiten, weil das, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Also wenn wir von urbaner Landwirtschaft reden, dann reden wir auch ein Stück weit von einer produktiven Landwirtschaft, aber auch von einer Landwirtschaft, die, auch von Urban Gardening, das lässt sich alles irgendwie unter dem Begriff urbane Landwirtschaft irgendwie zusammenfassen. Außerdem, dem am Rand ist die periurbane Landwirtschaft, das ist also praktisch Landwirtschaft, die im Speckgürtel stattfindet von einer Stadt. Und dann gibt es außen noch die rurale Landwirtschaft und wenn man jetzt die Unterschiede hier mal klar machen will, dann ist zum Beispiel die periurbane Landwirtschaft konkurriert mit der Stadt schon das erste Mal um Ressourcen, nämlich um Wasser und um Boden und um Luft und um sonstige Flächen, die eigentlich die Stadt in ihrem Fraß haben will. Die Stadt wiederum ist in der Regel an Orten erbaut worden, die normalerweise sehr fruchtbar waren, weil man da die Stadtgründungen einfach gut vorantreiben konnte. Und die rurale Landwirtschaft, wenn man die, also die weiter draußen ist, letztendlich der ländliche Raum, der hat eigentlich das Problem, dass er sich ein Stück weit auch von der Stadt abgekoppelt sieht, obwohl er natürlich von der Stadt geprägt ist und die Probleme, die die Stadt hat, auch sofort Auswirkungen auf die rurale Landwirtschaft haben. Aber nur, damit man die Begriffe mal auseinander bekommt. Zu den Anbaumethoden muss man noch was sagen. Also die Erde, also man kann in Erde anbauen oder man kann in Hydrokultur anbauen. Erde ist zum Beispiel Freilandfolie oder im Gewächshaus. Da sage ich gleich noch dazu, dass zum Beispiel alles Bio-Gemüse oder alles, wo Bio draufsteht, muss in Erde angebaut sein. Und Hydrokultur, ja, das gibt es irgendwie im Freiland ganz genauso. Da zeige ich mal später noch Beispiele dazu. Aber auch ein modernes Gewächshaus ist in der Regel eine Hydrokultur. Warum sage ich das? Weil wir hier in Franken wohnen und Franken außerhalb von Holland die größten Gewächshäuser hat, die es gibt. Abgesehen von einem Tomatengewächshaus in Thüringen, das vernachlässige ich mal. Aber also was wir hier von rechts nach links sehen, ist ein unglaublich großes Gewächshaus, das vorletztes Jahr in Betrieb gegangen ist. Da werden momentan in Hydrokultur oder als Hydroponik wird da Salat angebaut. Das kennt man aus den Discountern, ein Still Alive Salat. Warum wird das so gemacht? Es ist tatsächlich eine richtig schlaue Idee, Gemüse in Hydrokulturen anzubauen. Also in Nährlösungen letztendlich, weil der Wasserverbrauch um 90 Prozent reduziert werden kann. Das ist ein extrem effektiver Einsatz von Nährstoffen ist und punktgenau ist und eigentlich keine Verschwendung von Ressourcen darstellt. Aber es ist natürlich schon abartig. Es ist halt einfach totale Produktion, wenn man das so sieht. In dem Fall, was wir hier sehen in dem Gewächshaus, da stehen momentan 500.000 Salate und es wird jeden Tag geerntet. Es arbeiten sechs Leute dort. Ja, also so sieht es letztendlich aus. Das ist auf der rechten Seite ist noch eine, die auch in die Höhe gewachsen ist. Und auf der linken Seite ist ein ganz normales hydroponisches System. Also da gibt es eine Nährlösung, die läuft durch diesen Kanal durch. Das kann auch anders sein. Es kann auch sein, dass es einfach in Platten gemacht wird und die in der Nährlösung schwimmen. Und dann wird immer durch ein Monitoring irgendwie festgestellt, wie viele Nährstoffe wurden von der Pflanze entnommen. Wie viel muss ich zugeben? Das läuft alles vollautomatisch ab und wird auch. Also man muss praktisch nur Personal haben, die die Computer füttert und die Daten auswertet und den Dünger nachfüllt oder schaut, dass genügend Wasser da ist. Genau, also das ist dann so. Moment, das war jetzt falsch. Schauen wir mal, warum das nicht läuft. Genau, also so funktioniert es letztendlich. Das habe ich aufgenommen in dem Gewächshaus, das wir gerade gesehen haben. Die Platten fallen hinten raus auf dem Förderband, dann kommt der ganze Salat einfach an und dann wird der von tatsächlich von fünf Leuten verpackt. Das sind die sechs Leute. Einer ist da wie ein Polier oder der beaufsichtigt dieses ganze Gewächshaus und die anderen fünf, die verpacken das nur noch. Das ist eigentlich alles, was es zu tun gibt. In diesen großen, in den großen Gewächshäusern ist es so, dass der Samen in dem Würfel, in dem Anzuchtwürfel kommt, kommt in die Ansatzplatte rein. Da ist die Blattgröße vielleicht so zwei Zentimeter. Dann durchläuft er vielleicht so in vier bis sechs Wochen, je nachdem. Das Gewächshaus kann man einstellen, wie schnell der Salat fertig werden kann. Durchläuft der Salat dann eben seinen Reifeprozess und wird dann am Schluss praktisch geerntet. Die Platten schwimmen praktisch sechs Wochen lang durch dieses ganze Gewächshaus durch. Und am Ende landen sie eben auf diesem Förderband, das dann praktisch täglich letztendlich beerntet wird. Genau. Da versucht man in diesem Gewächshaus grundsätzlich Juni herzustellen. Also den Idealzustand, wie wir ihn jetzt haben, ganz lang Sonne, es sind nicht so heiße, aber warme Temperaturen und genau genügend Licht letztendlich auch. Und das ist jetzt ein Tomatengewächshaus. Da sieht man unten, die zwei Leitungen sind Heizleitungen, die da drin sind. Man sieht links und rechts irgendwie so eine, wie so eine, ja, da sieht man auf jeden Fall so Würfel und in diesem Würfel ist eigentlich der ganze Lebensballen von dieser Tomatenpflanze drin. Das Wurzelwerk ist da drin, da sind zwei Stecker drin. Der eine versorgt es mit Nährflüssigkeit, der andere pumpt den Rest wieder raus. Dann läuft das Kabel zurück in einen Sensor. Der Sensor misst, wie viel die Pflanze verloren hat an Nährstoffen, wird neu aufgefüllt und wird dann wieder in die Pflanze reingepumpt. Also so ein Tomatengewächshaus produziert das ganze Jahr. Da gibt es auch noch mit CO2-Einspeisung, das ist jetzt hier auch gemacht, weil die Pflanzen brauchen ja was zum Umwandeln. Und das ist beheizt und ist natürlich auch beleuchtet, das ganze Teil. Und so eine Tomatenpflanze, wie gesagt, zwölf Meter wird die lang und hat natürlich enorme Erträge. Was hat das so für Erträge? Also im Freiland haben wir ungefähr fünf Kilo auf den Quadratmeter. In dem Foliengewächshaus haben wir ungefähr 15 Kilo auf den Quadratmeter. Und eine Hydrokultur, das, was wir jetzt gerade gesehen haben in den letzten Beispielen, das sind tatsächlich 50 Kilogramm pro Quadratmeter Tomaten. Also da sind enorme Unterschiede drin, was diese Erträge angeht. Und unten ist noch das Biogewächshaus ausgewiesen mit 40 Kilogramm. Das liegt einfach daran, weil man durch den Düngereinsatz, der im Biolandbau nicht so effizient ist wie in der Hydrokultur, weil man das Monitoring nicht so betreiben kann, da kommt man einfach nicht so hoch. Obwohl jetzt vor zwei Jahren ist jetzt auch bei uns im Knoblausland ein Gewächshaus eröffnet worden. Ein Biogewächshaus, das hatte tatsächlich im ersten Jahr 50 Kilogramm pro Quadratmeter. Also das ist das erste Gewächshaus, das das irgendwie geschafft hat, solche hohen Erträge auch im Biolandbau zu generieren. Aber das sackt dann ganz schnell durch, weil die Böden schneller auslaugen und man praktisch diesen Nährstoffzufuhr nicht so durchkriegt, wie das jetzt in der Hydrokultur ist. Warum sage ich das alles? Weil wir ja eigentlich über eine urbane Landwirtschaft sprechen wollen. Und eine urbane Landwirtschaft, die auch ein Stück weit zur Versorgung der Städte irgendwie dienen soll. Und unsere Vorstellung von einer urbane Landwirtschaft ist ja natürlich das Urban Gardening. Und das Urban Gardening hat dann, wenn man das alles jetzt gesehen hat, natürlich enorme Nachteile. Nämlich, dass es eine super schlechte Konkurrenzfähigkeit hat. Wenn ich das gesehen habe, fünf Kilo kriege ich im Landbau und 50 Kilo kriege ich natürlich in so einem Gewächshaus. Dann fragt man sich schon, ist das alles wirtschaftlich und ist es nicht gescheiter, letztendlich alles voller Gewächshäuser zu bauen. Dann gibt es noch das Problem, dass Stadtmenschen im Selbstversorgerbereich in der Rolle des Landwirts sind. Und das erfordert natürlich einen Haufen Wissen. Also es muss irgendwie jemand denen beibringen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Meine Oma hatte noch einen Bauernhof. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das von der Pike auf gelernt hätte. Sondern mir war es auch immer ein Graus, wenn ich mit meiner Mutter irgendwie in den Garten musste. Aber zumindest ein bisschen was habe ich da mitbekommen. Wenn meine Kinder in der Stadt aufwachsen, dann kriegen die gar nichts mit. Also das ist dann relativ schwierig, irgendwie so Wissen zu etablieren. Das ist wirklich ein Problem. Und wir haben natürlich das Problem, das größte Problem ist, dass wir auch keinen Einsatz von landwirtschaftlichen Geräten haben. Also es ist praktisch nicht möglich. Das ist alles Handarbeit auf dem Dach. Also letztendlich muss man sagen, es sind schlechte Bedingungen mit schlechten Wissen und mit schlechten Erträgen. Das ist das, was wir unter urbaner Landwirtschaft in der romantischen Vorstellung eigentlich verstehen. Und was ich so vorausschicken möchte zu diesem ganzen Vortrag. Aber schauen wir uns mal die Situation an sich an. Das kennen vielleicht die einen oder anderen. Das ist das Weltackerprojekt aus Berlin. Der Weltacker, der geht, also wenn wir alle Fläche, alle Anbauflächen der Erde durch alle Menschen teilen, dann kommen in etwa 2000 Quadratmeter raus für jeden. Und auf diesen 2000 Quadratmeter für jeden, da müssen wir alles anbauen, was man nur anbauen kann. Also da geht es, auf diesen 2000 Quadratmeter müssen wir natürlich unsere Lebensmittel anbauen, wie Weizen, Mais, Reis und sonstige Getreide, aber auch so Dinge wie Soja als Futtermittel. Aber wir müssen auch unsere Jeanshose irgendwo herstellen. Also sämtliche Baumwolle muss da auch angebaut werden. Nüsse, Obst und Hülsenfrüchte, dann sämtliche Fasern, was wir für, keine Ahnung, vom Seil bis Tuch bis, also egal was. Und natürlich nur gewisse Erdfrüchte, also keine Ahnung, auch Sträucher mit Beeren und Kartoffeln und solche Dinge. Es muss praktisch auf diesen 2000 Quadratmeter alle, jeder muss da alles angebaut bekommen. Wenn wir jetzt Europa nehmen, dann haben, und wir würden genau das gleiche Szenario machen, alle Anbauflächen durch alle Menschen, dann kommen wir tatsächlich auch in etwa auf 2000 Quadratmeter, die wir zur Verfügung haben. Die Realität schaut aber so aus. Die Realität ist, dass wir als Europäer uns 700 Quadratmeter irgendwo leihen. Also wir brauchen 2700 Quadratmeter pro Person. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass irgendjemand, also wenn ich 2700 Quadratmeter habe, dann hat irgendjemand nur 1300 Quadratmeter. Dass das langfristig zu Spannungen führen wird, ist ganz offensichtlich. Wir sind momentan nur viel zu reich dazu, als dass wir uns das nicht leisten könnten, uns die Flächen irgendwo auf der Welt einzukaufen. Das vordere Bild, das erste Bild hat ja gezeigt, was wir alles bei uns ein Stück weit anbauen können. Das zusätzliche Bild zeigt ja auch vor allem die Sachen, die wir auch gerne im Supermarkt haben. Also Kakao, Kaffee, sämtliche Teesorten, exotische Früchte, Zitrusfrüchte, alles, was bei uns letztendlich auch nicht wächst, Weiß, Reis und natürlich auch die Baumwolle und sowas. Und vor allem macht einen Riesenanteil natürlich auch das Soja aus. Also vor allem unsere Futtermittel für unsere Tiere, die wir so gerne essen, die sind unglaublich verschwenderisch, was das irgendwie angeht. Das ist auch dann eben mein Ansatz dazu, dass wir irgendwie eigentlich, wir müssen eigentlich schauen, dass wir sofort aufhören, unsere Flächen zu versiegeln, sofort aufhören, Einfamilienhausgebiete auszuweisen. Wenn ich das jetzt gehört habe, ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, irgendwie, wenn wir in Bayern anscheinend jedes Jahr einen halben Chiemsee versiegeln, dann sind es natürlich enorme Flächen, die uns auf ewig nicht mehr zur Verfügung stehen und die dann letztendlich auch zu diesem Ungleichgewicht gleich nochmal ein Stück weit diese Situation verschärfen. Und so eine verschärfte Situation können wir eigentlich nur dadurch ausgleichen, indem wir noch mehr intensive Landwirtschaft betreiben. Und da wissen wir ja auch, dass das keine gute Idee ist, weil wir die Biodiversität nach unten bringen, einen höheren Düngemitteleinsatz benötigen und damit auch praktisch sehr klimaschädlich unterwegs sind, weil das Düngemittel ein großer CO2-Fresse ist. Was ist denn diese Zahl überhaupt letztendlich wert? Also wenn wir das ermitteln, nach Nährwert brauchen wir pro Person 200 bis 350 Quadratmeter als reinen Gemüseanbau. Das ist das, was wir in etwa brauchen. Und als Anbaufläche für unsere Nahrungsmittel und als reiner Gemüseanbau sind es 65 Quadratmeter pro Person. Aber das nur bei gärtnerischer Erfahrung, optimalen Gegebenheiten und ohne Nebenflächen, Wege und Service, also praktisch Wasserlagerung und Geräte und Schuppen und solche Dinge. Das ist natürlich schon der Hammer. Also wenn wir jetzt praktisch davon reden, dass wir praktisch einen Selbstversorgergarten irgendwie aufmachen wollen würden, und wir sind eine vierköpfige Familie, dann kommen wir da niemals hin. Irgendjemand hat da, glaube ich, sein Mikro an. Schauen wir uns mal den Selbstversorgergrad an, den wir in Deutschland haben. Da sind wir mit den Kartoffeln und vor allem alles, was mit der Fleischproduktion hat, eigentlich ziemlich gut, sogar sehr gut. Sobald es an das Gemüse geht, stehen wir total schlecht da. Also tatsächlich ist es so, dass 63 ein Gemüses müssen wir einführen aus irgendwelchen anderen Ländern. Also das ist Spanien und das ist vor allem Holland, aber auch Polen kriegen wir das Gemüse. Und das erzeugt dann also letztendlich auch immer einfach CO2-Fußabdruck. Also man kann das nicht so einfach mit der Produktion von den hydroponischen Gewächshäusern irgendwie sehen, dass das irgendwie so super effizient ist, wenn wir auf der anderen Seite natürlich die Gewächshäuser mit Gas beheizen müssen und natürlich durch den Transport einfach viel CO2 als Transportkosten irgendwie haben. Wo geht es hin? Die Bevölkerungsentwicklung ist irgendwie klar. Das wissen wir alle, dass wir wahrscheinlich so eher Richtung 10 Milliarden Leute irgendwie laufen werden, bis das Jahrhundert zu Ende ist. Und diese 10 Milliarden Leute, die müssen wir leider ernähren. Also das ist tatsächlich ein Problem. Das Problem, anschaulich dargestellt, kann man mal so sehen. Hier geht es eigentlich nur bis 2050, die Grafik. Da wären wir bei 9,5 Milliarden Menschen. Und wenn wir die zu dem Stand von den sieben Milliarden Menschen, die wir vor kurzem noch hatten, ein bisschen ältere Grafik schon, ein paar Jahre alt schon, dann müssten wir einmal Brasilien als Fläche, als Anbaufläche mit dazunehmen. Und das ist natürlich schon unglaublich viel, weil wir eigentlich die Fläche so erst einmal gar nicht gescheit haben. Also das ist, wir haben das Problem, dass wir ja praktisch Waldflächen noch haben. Die brauchen wir aber zum CO2-Ausgleich. Und Feldflächen können wir nur dadurch in der Produktion erhöhen, dass wir eben den Dünge-Mitteleinsatz erhöhen oder andere Anbauformen wählen. Das größte Problem ist nochmal in der Stadtentwicklung, dass wir zu viel Fläche verbrauchen. Das ist jetzt eine Schätzung, die kommt von der UN. Wir werden 230 Milliarden Quadratmeter in den nächsten 40 Jahren in den Städten verbrauchen. Also das wird zusätzlich dazukommen. Was ist das in etwa? Also diese Fläche, um die es da geht, ist etwa so groß wie Rumänien. Also Rumänien ist ein bisschen größer, aber ungefähr die Fläche von Rumänien kriegen wir nur in Städten dazu. Jetzt kann man sich das nicht so ganz vorstellen. Vielleicht muss man das anders machen. Also die Fläche von Paris sind 105 Quadratmeter. Und rechnerisch exakt kriegen wir pro Woche 110 Quadratkilometer. Und rechnerisch kriegt man praktisch jede Woche einmal Paris als Fläche auf weltweit an Stadtflächen dazu. Und das finde ich, dass das schon ein ziemlicher Brocken ist, auch wenn man weiß, dass die Städte ja in der Regel an solchen Orten errichtet worden sind oder gegründet worden sind, wo es gute Bedingungen für den landwirtschaftlichen Anbau gegeben hat. Den mag ich total gern, den Herrn Thünen, den Johann Heinrich von Thünen. Der hat nämlich die Thünenischen Ringe im 19. Jahrhundert mal vorgestellt. Und zwar funktionieren die so, dass er sagt, eine Stadt müsste eigentlich als Punktstadt ringartig ausgebreitet werden. Und zwar müsste das so sein, dass ab dem Zentrum, es gibt die Transportkosten, die praktisch in Hafer oder, also damals in Hafer oder eben in Futtermittel irgendwie zu machen sind. Und es gibt irgendwie eine stark verderbliche Waren, die auch ganz schnell in die Stadt müssen. Und diese zwei Faktoren, die bestimmen letztendlich, wo was in der Stadt angebaut werden muss oder beziehungsweise im Umland angebaut werden muss. Das kann man jetzt, finde ich, ziemlich gut übertragen auf die heutige Zeit. Das ist nur verloren gegangen, dieses Modell, weil wir, weil nämlich der Sprit zu billig geworden ist. Also durch die Erfindung von erstens den Kanälen mit den Schiffen und dann eben die Dampfmaschine und dann der Sprit ist dieses Modell gar nicht mehr weiterverfolgt worden. Aber wenn wir jetzt ein Modell hätten, das sich auf den CO2-Fußabdruck, wenn wir das bewerten wollen würden, dann wäre tatsächlich, dann müssten wir tatsächlich wieder schauen, dass wir den Gemüseanbau ziemlich in die Nähe irgendwie bringen von unseren Städten und nicht über die halbe Welt verschüttern. Was ist, also die Welt von gestern hat ja so ausgesehen, dass es praktisch Selbstversorgergärten gab. Und das war auch Teil der Ernährungsstrategie, die es auch bis zum Zweiten Weltkrieg noch gab. Das ist die Kleingartensiedlung im Zeppelinfeld, die ist errichtet worden 1916 und war im Zweiten Weltkrieg oder um die Zeitraum des Dritten Reiches tatsächlich als ernährungsstrategisch wichtig zum Beispiel eingestuft. Heute hat sich das so ein bisschen verändert. Heute sind da viele Gartenzwerke und es wird irgendwie viel Liegestuhl aufgestellt. Aber das war wirklich zur Nahrungssicherung einfach ursprünglich mal gedacht. Da gab es eine Frage, nein? Gut. Dann der, wie funktioniert das heute? Im Prinzip wird in den Städten versucht, ja auch heute so ein bisschen kleingartnerisch das irgendwie zu machen. Also hier ist der Stadtgarten in Nürnberg. Das gleiche Prinzip ist ja der Prinzessinnengarten in Berlin. Berlin, da gibt es, Berlin betreibt in dem Fall richtig viel Monitoring dazu. Das ist wirklich ganz toll, was die da machen. Ab wann kann ich denn einer vierspurigen Straße zum Beispiel Lebensmittel wieder anbauen, sodass sie genießbar sind oder dass die Schadstoffbelastung geringer ist? Welche Pflanzen muss ich stellen, damit ich praktisch das Filter, was in der Luft ist und was die Abgase von den Autos irgendwie herbringen, was wächst wie? Und da ist rausgekommen, also wir brauchen sieben Meter von der Straße weg und dann ist Gemüseanbau wieder möglich. Also die ersten sieben Meter gehen einfach nicht wegen der Belastung, aber nach sieben Meter ist das wieder möglich. Andere Länder sind da schon viel, viel weiter. Cuba Libre, das ist in Havanna, ist das. Und Havanna deckt 50 Prozent seines kompletten Nahrungsmittelbedarfs aus der eigenen Stadt selbst. Es gibt da tatsächlich große Felder in der Stadt, wie man das hier sieht. Da habe ich wirklich viele Beispiele gibt es da dazu. Also das ist in der Wohnanlage zum Beispiel. Da wird wirklich sehr, sehr viel, also da gibt es auch die nötige gärtnerische Erfahrung mittlerweile auch dazu, um die Produktivität so hoch zu halten, dass da auch was dabei rumkommt. Detroit, die aufgegebene Stadt, das fände ich ein interessantes Phänomen in Detroit, weil Detroit ja, ich glaube, nur noch ein Drittel hat von allen Flächen. Jetzt gibt es da so viel Fläche, die übrig ist. Und hier sieht man, dass die in Hochbeeten anbauen. Warum bauen die in Hochbeeten an? Weil es praktisch nicht mehr möglich ist, versiegelte Flächen wieder in den Zustand zurückzuversetzen, die für eine landwirtschaftliche Produktion wirtschaftlich nutzbar sind. Also man kann natürlich alles machen. Man kann auch den Boden austauschen und man kann ganz viel irgendwie wieder bereinigen. Aber wer soll das bezahlen und in welchen Verhältnismäßigkeit steht es dann? Deswegen, aber es wird in Detroit ganz viel da in die Richtung versucht und gemacht und es ist ein riesen Experimentierfeld, wie die Landwirtschaft wieder zurück auf Brachflächen kommt oder in die Stadt wieder zurückkommen kann. Singapur ist genau das Gegenteil. Singapur ist so unglaublich teuer, dass es schon längst rentiert, dass Startups hier die Gemüseproduktion auf die Dächer und in die Städte wieder zurückgebracht haben. Und das geht, hier ist es ja noch, also sie müssen, steht unten ja dran, 90% ihrer gesamten Lebensmittel muss Singapur importieren. Es geht so weit, dass die nur noch künstliche, mit künstlichem Licht und Belüftung und CO2-Einspeisung und so weiter die Lebensmittel produzieren. Aber hier sieht man auch, dass es, das ist ja hier eine Aquaponikanlage, da sind Fische mit dabei, dass die aber auch unter freiem Himmel funktionieren und dass sie das auch betreiben. New York ist ja das Bild schlechthin vom Gardening-Gärtnern in der Stadt auf den Dächern. Ich weiß nicht, warum es bei denen so einfach geht und bei uns so schwierig ist, aber es funktioniert bei denen total gut und hat mittlerweile eine Kultur, die auch mittlerweile Dinge hervorgebracht hat, von denen wir so noch ein bisschen entfernt sind. Das ist der Whole Foods Market, der ist auch bekannt, der steht in Brooklyn und alles, was oben produziert wird, wird unten in dem Supermarkt verkauft. Das ist praktisch, kürzer geht es kaum. Gleiches gibt es auch in Denver, da ist es aber eher so, dass unten ein Restaurant noch mit drin ist und alles, was die oben anbauen, übers Jahr hinweg unten verkauft wird und zubereitet wird, das wäre jetzt ein anderes Modell dazu. Wir haben auch eins in Oberhausen, das ist der Verwaltungsbau des Fraunhofer-Instituts for Environmental Safety and Energy und hier ist, das ist eine Versuchsanstalt, da wird dann auch versucht, im hydroponischen Verfahren das Gemüse anzubauen als Versuchsstation, wie weit wir das in Deutschland auch treiben können. Mit viel Geld ist es auch in Basel, das haben die Urban Farmers das eröffnet, das ist mittlerweile gilt das als gescheitertes Projekt, weil es war wohl lukrativer, Hanf anzubauen, was mit den Steuergeldern so nicht gedeckt war. Das wurde dann irgendwann mal von der Polizei geschlossen, aber es hat die ersten drei Jahre sehr gut funktioniert und es ist auch als Startup so, als das Vorzeigeprojekt eigentlich gehypt worden in Europa, wo tatsächlich das in der Wirtschaftlichkeit betrieben werden konnte. In Berlin haben wir auch noch so eines, da gibt es eine mit einer Aquaponikanlage noch vermischt, das scheint wohl auch ziemlich gut zu funktionieren und scheint auch schwarze Zahlen zu schreiben. Aber die beeindruckendste Leistung, die wir in Deutschland eigentlich, in Europa eigentlich haben, ist Paris und Paris hat sich das tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, das ist nicht nur ein Startup in Paris, sondern in Paris ist es wirklich Teil der Klimastrategie, die die Stadt fährt. Und zwar ist es bei denen das 100 Hektar Programm, 100 Hektar begrünter Dächer und Fassaden sollen das bis 2020 sein. Der Vortrag ist ein bisschen älter, also die Zahlen sind ein bisschen älter, durch Corona habe ich lang keinen mehr getroffen, von denen die Rücken, die zahlen auch immer nicht so ganz gerne raus auf den Webseiten, da muss man dann immer mit den Leuten sprechen. Aber ich denke, dass das für unsere Zwecke ziemlich noch beeindruckend gut funktioniert. Er hatte in seinem, als ich ihn getroffen habe, sagte er, eigentlich hätten die 5, also 25 Hektar hätten nur Urban Farming sein sollen oder 30 hätten nur Urban Farming sein sollen bis 2020 und er sagte, er schafft es nicht. Also er schafft nur 26. Und da dachte ich mir, 26 Hektar schafft er. Also er schafft 26 Hektar Urban Farming Projekte in Paris zu realisieren. In Nürnberg kann man nicht ein Hektar. Also ich glaube auch, weiß ich nicht, wie viel München hat, da bin ich jetzt nicht so im Bilde, aber ob München ein Hektar zusammenbringt auf den Dächern, ist, also ich zweifle da stark dran, dass das irgendwie funktioniert, also dass es da eine Zahl dazu gibt. Auf jeden Fall ist die Klima, die Klimastrategie der Stadt ist, dass die Traubhausgarde sollen reduziert werden, die Biodiversität soll erhöht werden, die Luftqualität soll verbessert werden. Sie wollten ein besseres Regenwassermanagement und vor allem für die Bevölkerung eine nachhaltige Ernährung und dann eben eine innerstädtische Beschäftigung zusätzlich schaffen. Das, was sie als Abfallprodukte irgendwie sehen oder wie sie ihre Ziele denn eigentlich auch strategisch umsetzen können, ist also auch eine partizipative Landwirtschaft, also eine Teilhabe der Stadt an sich. Damit ganz vernetzt ist natürlich die pädagogische Landwirtschaft, dieser Effekt, den man dadurch auch erfährt, dass ein Lebensmittel was wert ist und dass das einfach dauert, bis eine Tomate wächst und dass Lebensmittelverschwendung auch Verschwendung an Boden ist, das war denen schon ganz, ganz wichtig oder ist es denen immer noch ganz, ganz wichtig, dass es landschaftsplanerische Projekte gibt, also die Entsiegelung von Flächen, wieder mehr Grün in die Stadt zu bringen und dass es letztendlich auch das, was ja vorhin schon mal auf der Folie war, zum Schluss auch eine produktive Landwirtschaft ergibt, also praktisch eine echte Erwerbsquelle und ein echtes Geschäftsmodell. Noch ein Satz zur Landschaftsplanung, da ist der Fokus ganz stark drauf, dass es auch die essbare Stadt gibt. Wir haben ja auch eine in Andernach gibt es die essbare Stadt als Konzeptmodell, also es heißt, die essbare Stadt bedeutet, dass auf öffentlichen Flächen, die Stadt bewirtschaftet diese öffentlichen Flächen, wie bei uns einfach die Parks auch bewirtschaftet werden, gießt die, pflanzt da was, zieht was vor und das, was da entsteht, ist aber ein Teil, das wird der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Wenn das fertig ist und reif ist, dann kann das jeder ernten, der vorbeikommt oder der ein Interesse daran hat. Dadurch entstehen jetzt auch in Andernach zum Beispiel große Communities, die sich dann auch immer mehr um diese gärtnerischen Sachen kümmern, indem die gärtnerische Erfahrung, also das Pädagogische da und das Partizipative gefruchtet haben und die Stadt sich dann auch ein Stück weit zurückziehen kann und dann eher mit Geldern oder mit Anschubfinanzierungen oder vielleicht mit neuer Erde oder mit aus dem Zoo vielleicht den Mist und den Dünger, also solche Sachen eher unterstützt und dass so ein Selbstläufer wird. Also praktisch auch wirklich eine Teilhabemodelle entsteht. Die Erfolge, die Paris zu verbuchen hat, ist, dass sie 14 momentan noch, also das war noch 2019, bis 20 haben sie 26 dann irgendwie hinbekommen, also diese 12 plus 14 sind die 26 Hektar, haben sie hinbekommen. Bis 2019 haben sie 1240 Tonnen Obst und Gemüse geschafft, sieben Tonnen Obst, eine Million Schnittblumen, 1,3 Millionen Setzlinge sind angezogen worden und dann eben noch Honig, Safran, Hopfen fürs Bier und so weiter. Aber das Großartige ist vor allem, dass 120 Arbeitsplätze entstanden sind und zwar volle Arbeitsplätze, die sich nur damit beschäftigen, wie Grün in der Stadt produktiv letztendlich entsteht. Also die tragen sich selber und die sind nicht von der Stadt finanziert oder sowas. Das ist das größte Projekt, das ist dieses Jahr in Vollbetrieb gegangen. Das ist Agripolis in Paris. Das ist die Messe und das ist ein unglaublich großes Projekt. Das sind 14.000 Quadratmeter, was da an Fläche entstanden ist und der erwartete Ausstoß ist eine Tonne pro Tag. Also eine Tonne Lebensmittel kommen da pro Tag von diesem Dach runter, von Juni bis September. Auch in Bio und Hydrokultur beides zusammen. Wo liegt das? Das liegt nicht irgendwo, sondern das liegt einfach tatsächlich mitten in der Stadt, dieses Messegelände. Und das ist noch ein Rendering dazu. Es gibt mittlerweile auch Fotos im Netz dazu zu finden. So sieht es aus. Die Pyramide hinten ist natürlich Hydroponikanlage, aber vorne ist tatsächlich auch mit Erde. Man kann Bio-Qualität herstellen. Da muss ich noch einen Satz dazu sagen. Also Bio ist es immer nur, wenn es tatsächlich mit dem Boden verwachsen ist. Also auf dem Dach kann man nie Bio herstellen, sondern nur in Bio-Qualität. Aber es wird in Bio-Qualität hergestellt. Alles wird direkt vermarktet über Ladenverkäufe und Lieferdienste und angeschlossene Restaurants, die da Kontingente kaufen können. Man kann da Kistenabos bekommen. Ähnlich wie bei einer Solawi, also einer solidarischen Landwirtschaftsform, die wir ja auch kennen in Deutschland. Und die Supermärkte in der umliegenden Region werden alle im Stadtgebiet mit dem Gemüse, das von dem Dach runterkommt, beliefert. Und das Ziel ist natürlich immer eine finanzielle Tragfähigkeit und Bewirtschaftung. Und das wird schon im ersten Jahr mit Überschüssen dort gerechnet, weil eben schon so viel Erfahrung da ist, dass die das tatsächlich hinbringen. Das ist ganz schrecklich gewesen. Notre Dame ist abgebrannt und man hat nicht gewusst oder man weiß bis heute nicht so gescheit, was man jetzt mit diesem Dach macht. Und ganz schnell kamen Entwürfe und es gab ein Publikumsliebling und das war der hier. Also man sieht also praktisch in Paris eigentlich auch ein Verständnis für die ganze Geschichte. Viel anders wie bei uns. Es wäre bei uns nie denkbar, überhaupt so einen Vorschlag zu machen. Es wird mit Sicherheit auch denkmalgerecht irgendwie ein Holzdachstuhl wieder draufkommen oder sonstiges. Oder es wird wieder Notre Dame werden. Aber dass so ein Vorschlag überhaupt vom Publikum gewählt werden kann, finde ich schon beeindruckend. Das ist auch eine ganz andere Herangehensweise, wie wir das eigentlich haben in Deutschland. Wir sind, glaube ich, ein großartiges Volk von Ingenieuren und wir versuchen ganz viel von unseren Sachen technisch zu lösen. Und das da finde ich irgendwie, dass die Franzosen schon einfach noch eine ganz andere Denkweise haben, weil sie es eben nicht versucht haben irgendwie. Oder versuchen es momentan, zumindest Paris, versucht ihre Klimastrategie auch auf noch ein Fundament zu stellen. Auf noch ein zusätzliches Fundament zu stellen. So ist es vielleicht korrekt ausgedrückt. Das hat mich dazu bewogen, in meinem ersten Symposium, das ich 2018 gehalten habe, irgendwie zu sagen, also eigentlich wäre es irgendwie gescheiter. Wir haben eigentlich eine Stellplatzsatzung in der Bayerischen Bauordnung. Wir müssen die umschreiben. Die 47 muss eigentlich einen Zusatzartikel bekommen, eine Anbausatzung. Das fände ich total gut. Und zwar, dass jedem Einwohner, so wie bei der Stellplatzsatzung, 10 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Also die Anbausatzung kann erfüllt werden, wenn die Not wegen den Flächen auf dem Grundstück da sind. Oder wenn man auf einem Nachbargrundstück die sichern kann. Oder wenn man die Kosten übernimmt, wenn man was bezahlt, eine Ablöse macht und dann einen Ablösevertrag hat. Und die Gemeinde sorgt da dafür. Also genau dasselbe, wie wir in der Stellplatzsatzung auch haben. Ich fand mich unglaublich genial, bis ich herausgefunden habe, dass es Paris und zwar exakt genauso gemacht hat. Also Paris hat tatsächlich eine Anbausatzung verankert, die alle Neubauten zwingt, jedem Einwohner ein Stück Land in irgendeiner Art und Weise, eine Fläche in irgendeiner Art und Weise, und es sind sogar zufälligerweise 10 Quadratmeter, zur Verfügung zu stellen. Das führt natürlich dann letztendlich zu komplett neuer Architektur. Wenn ich jetzt ein Neubaugebiet habe und ich muss diese Flächen zur Verfügung stellen, dann muss ich natürlich ganz anders entwerfen, als wenn wir das nicht haben. Und dann mache ich noch 30 Quadratmeter Urban Gardening Projekt in einer Wohnsiedlung mit 100 Wohnungen. Nein, das wird es halt dann so nicht. Aber sie machen das und es entstehen in Paris immer mehr Häuser, die praktisch ringartig um den Mittelpunkt organisiert sind. Hier in dem ist es tatsächlich jetzt ein Gewächshaus, unten ist eine Spülküche mit drin, wo man das Gemüse auch waschen kann, Gemeinschaftsräume, die man dann auch nutzen kann für eine Anzucht, aber auch für Feiern. Oder dass man da miteinander irgendwie das Gemüse auch verarbeiten kann. Das ist an jede Wohnung gebunden, aber nicht zwingend. Mit dem kann auch gehandelt werden. Also ich darf meine Fläche dann auch an jemanden, wenn jemand 20 haben will, dann kann ich die auch tatsächlich irgendwie dem anderen zur Verfügung stellen. Wie die das dann machen, das weiß ich nicht genau. Ob es dann einen Ausgleich gibt oder ob das einfach hergeschenkt wird. Aber auf jeden Fall ist es nicht gebunden. Wir haben das Brainpool Smart District Projekt in den Niederlanden, funktioniert ähnlich. Da ist auch jedem Einwohner ein Stück Land zugewiesen worden. Das wird jetzt, glaube ich, gerade umgesetzt. Das ist auch nur ein Rendering hier. Und da bin ich auch gespannt, was da letztendlich draus wird. Wie ich vorhin ja schon gesagt habe, mit dem 65 Quadratmeter, das ist schon eine ganz schöne Ansage, wie viel ich eigentlich brauche, um eine Selbstversorgung hinzubekommen. Das wird man so nicht schaffen. Aber allein schon das Gefühl dafür bedeutet ja auch, dass man möglichst viel Fläche dazu herstellen sollte. Mira Flores in Sevilla. Da ist tatsächlich an jede Wohnung ein Stück Land gekoppelt. Das steht mir einfach zur Verfügung, auf dem ich nur, auf dem ich keinen Klappstuhl aufstellen darf, sondern nur Sachen anbauen darf. Und da sieht man jetzt in dem Feld vorne, das sind offensichtlich Kartoffeln oder irgendwas, dass die sich auch miteinander arrangieren. Und man vielleicht auch partiell zusammenlegt. Das ist Nürnberg. Die Frage ist, wo wir solche Ressourcen letztendlich auch herbekommen. Da, wo der Stecke ist, da ist unser Büro. So schaut das aus. Das ist ein Kriegsschaden aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist ein Notdach drauf und es ist nie anders gemacht worden. Wir haben angefangen, das umzubauen. Haben das nochmal aufgestockt und haben dann in schwerer Verhandlung mit dem Bauamt da oben tatsächlich eine Gardeningfläche hinbekommen. So sieht das im Grunde aus. Wir haben uns für Hochbeete entschieden in dem Fall, weil wir mit den 400 Kilogramm pro Quadratmeter Flächenlast auf Lodgien und Flachdächern, begehbaren Flachdächern, da kommen wir nämlich tatsächlich mit den Hochbeeten hin. Das heißt ja immer, wenn man das macht, dann braucht man immer so viel statische Mehraufwendungen und so weiter. Und dem wollten wir eigentlich begegnen. Und wir gesagt haben, okay, wenn wir 40 Zentimeter Hochbeet haben, kommen wir dann hin. Ja, das funktioniert in etwa. Wir können die Hochbeete so gestalten. Wir können jetzt nicht alles. Ich glaube, ich kann keine Rätikel anpflanzen, habe es nie probiert. Ich glaube, das geht nicht. Da ist zu wenig Masse da. Aber für den Rest funktioniert das tatsächlich, dass wir das mit den Beeten irgendwie schaffen. Das wäre nämlich viel effizienter, das mit den Beeten zu machen, als wenn wir alles mit Substrat voll machen. Weil wenn ich Dinge anbauen will, also Tomaten wird schon schwierig, da brauche ich schon ein bisschen Futter. Also 30 Zentimeter, 20 Zentimeter brauche ich dann da schon dafür, damit ich eine ordentliche Tomatenpflanze ziehen kann. Wie ist es zu bewerten? Also der Wasserverbrauch liegt ungefähr bei 100 bis 300 Liter pro Quadratmeter. Das kommt auf die Pflanze an. Der Niederschlag in Deutschland ist im Mittel 805, in Nürnberg 832 und in München ungefähr 1000 Liter. Also wir haben da echte Reserven, wenn wir das Wasser aufsparen. Wenn wir das aufbangen können, dann können wir eigentlich, wenn wir es gut machen, übers Jahr hinweg. Wir sammeln das Regenwasser auf, wir kommen nicht ganz hin. Aber wir können tatsächlich relativ viel abdecken. Dann haben wir aber, was ein richtig guter Effekt ist, ist die Kühlleistung. Die Blattmasse ist dafür entscheidend und das Substrat verdunstet aber ebenfalls Wasser. Also wir haben einfach da oben Temperaturen, die sind deutlich niedriger als im Rest vom Viertel. Das kann man sehen, weil bei uns flimmert nie das Dach. Bei allen anderen flimmern die Däche. Bei uns kann man es aushalten, auch wenn es mal richtig heiß ist. Die Pflanze verdunstet, also die kann an ihren Blattspitzen bis zu 15 Grad die Temperatur absinken. Und bei Starkregenereignissen haben wir eine Verzögerung drin, die wir auch mit Nachweis anrechnungsfähig bekommen. Also nur mal so zur Logik. Das ist das Gebäude. Und das ist unser Garten obendrauf. Wir bauen da oben an, was kann man hier sehen? Also wir können Kürbis sehen, Tomate, Kartoffeln, Salat. Wir haben einen Marillenbaum, Erdbeeren. Also die Bandbreite ist relativ hoch, was wir anbauen. Und das ist für uns auch ein soziales Projekt, muss man auch dazu sagen, weil die Hausgemeinschaft das anbaut. So, Bienen weiter leicht gemacht. Wir sorgen auch für Biodiversität. Das ist uns nicht nur aufgefallen, sondern ganz wichtig. Bei uns kommen die Tiere, sind alle von selber gekommen. Wir haben zum Beispiel, kommen wir nachher im Bild, Hummeln zum Beispiel. Habe ich schon erzählt, die Hausgemeinschaft baut es an. Momentan ist es so, dass wir mit jemand aus dem Büro baut noch mit oben an und die Mieter im ersten Stock bauen mit uns das da oben an. Durch die gemeinsame Bewirtschaftung kriegen wir sowas hin wie in Zukunft die Bildung und auch das Verständnis für das Ganze. Wir lernen auch noch mit dazu. Und sind auch noch nicht am Ende. So, genau. Die Verdunstungskälte, das hatte ich schon angesprochen. Und wir haben Hummeln. Da oben, Hummeln sind standorttreue Tiere. Habe ich mir anlesen, habe ich mir angelesen und sagen lassen. Und die bleiben nur da, wo es ihnen gefällt. Und wir haben seit dem ersten Jahr tatsächlich Hummeln. Die übernehmen unsere komplette Bestäubungsleistung bis auf den Marillenbaum. Da kommen dann die Bienen, nur da rentiert sich es. Und wir haben natürlich frisch auf dem Tisch über den Sommer hinweg ungefähr so ab jetzt vielleicht, wir haben schon ein paar Wochen haben wir ja schon, bis in etwa in Oktober rein muss keiner von uns irgendein Gemüse kaufen. Das ist tatsächlich so. Was auch ganz wichtig ist für uns, ist, dass wir die Vielfalt erhalten. Wir bauen auch viele Exoten an, kleine Tomaten, große Tomaten, exotische Tomaten und einfach eine Artenvielfalt, die man so in den Monokulturen einfach auch nicht findet und deswegen auch für die Biodiversität unglaublich gut und wertvoll ist. Das sieht man hier so. Das gemeinsame Garten, die Hausgemeinschaft wird dann auch gefördert. Das hat uns so eine Idee gebracht, zu sagen, wie funktioniert das denn überhaupt? Wie haben wir denn innerstädtisch? Was haben wir denn da? Geht das überhaupt? Was haben wir denn überhaupt für Flächen zur Verfügung? So, das ist das, was auf die Stelle geht. Wir haben 10.000 Quadratmeter in diesem kleinen Bereich, der so drei Blocks jetzt hier umfasst und davon können wir 10% sofort nutzen, weil gar kein, weil Geschosse fehlen und es gibt Dachgeschosse, die nicht ausgebaut sind und auch nicht ausgebaut werden können. Die Regel war, unter 45 Grad geht es und über 45 Grad besteht die Chance auszubauen. Und da können wir natürlich, weil wir ja mit dem Wohnraum konkurrieren, auch den Wohnraum nicht wegnehmen. So, also in einem Modell festgehalten ist das unser Haus und das ganze Modell, das ist ganz Johannes, das schaut tatsächlich im Ist-Zustand so aus. Und wenn wir den Sollzustand irgendwie machen, nach den Regeln, die wir gerade gesagt haben, also unter 45 Grad gibt es nichts, also da können wir es machen und über 45 Grad können wir keinen Ausbau vorantreiben, dann entsteht, dann war die Frage, wie viel wird das denn überhaupt werden? Und rausgekommen ist, dass wir tatsächlich 186 Tonnen im Jahr einsparen könnten, wenn wir das alles bis 2071 so umbauen, dass Gründächer entstehen. Und das wäre das Bild, was entstehen könnte, ohne dass wir Wohnraum vernichten, also ohne dass wir eine einzige Wohnung weniger haben, könnte das auf einen Schlag tatsächlich passieren. Das Modell wurde dieses Jahr ausgestellt, letztes Jahr ausgestellt auf der Biennale, wir durften an der Biennale teilnehmen mit dem Projekt und aufgrund dessen, weil wir diese Untersuchung da gemacht haben und ich finde, das zeigt ziemlich eindrücklich, was wir für Potenziale in der Stadt haben und welche wir eigentlich ungenutzt momentan verstreichen lassen. Es gibt noch ein Minimalkonzept, das Minimalkonzept wäre auf bestehenden Flachdächern, wenn wir eine Lastreserve von 80 Kilogramm haben, also die LWG treibt diese Forschung ziemlich stark voran, damit kann man viele Flachwurzler anbauen, Kräuter, Salate, also man kann dann schon relativ viel machen, alles was nicht tief wurzelt, sofern wir eine wurzelfeste Schweißbahn haben, eine Tropfbewässerung wäre gut und die Substratstärke 8 bis 15 Zentimeter ist, die 80 Kilogramm brauchen wir nur, wenn die Dachbegrünung nicht eh sowieso schon vorhanden ist. Durch den Substrataufbau oder Austausch oder ein Upgrade von dem Substrat ist es tatsächlich möglich, dass wir die Flächen dann tatsächlich auch von Gemüseanbau nutzen. Wie kriegen wir das hin in den Umsetzungsstrategien? Also einerseits ist es so, dass wir praktisch Learning from Paris, würde ich sagen, also Machbarkeit und die statische Beratung, die wird von Paris tatsächlich von den Ämtern übernommen, da gibt es ein eigenes Amt dafür, da kann man anrufen, dann kommt ein Statiker vorbei und sagt, geht das oder geht das nicht? Dann würden wir auch eine Schulung für die Planer brauchen, um tatsächlich ein Verständnis dafür zu bekommen, wie kriegt man denn die Dächer überhaupt so ertüchtig, dass die das tragen können oder was für Strategien gibt es denn da überhaupt? Weil die Vorstellung ja tatsächlich die ist, dass wir alles mit 40 Zentimeter Erde auffüllen müssen und dann sollten wir in dem nächsten Schritt tatsächlich die Bevölkerung versuchen daran zu führen, dass so ein Lebensmittel wieder was wert ist, also dass einfach nicht alles aus dem Rehbe kommt, sondern dass Lebensmittel Zyklen haben, dass die zu bestimmten Zeiten irgendwie passieren und dass der Wert dieses Lebensmittel einfach auch wieder gegeben werden kann. Dann hat die Politik was zu tun, wir müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen und da gehören dann vielleicht auch Förderprogramme dazu, auch vielleicht für die Umsetzung über Startups, dass die eine Anschubfinanzierung oder sowas bekommen. Dann Akzeptanzprogramme fahren und Schulungsangebote für die Bevölkerung, aber auch für Fachpersonal bringen und eben glaube ich, dass es noch Schlüsselreize dafür braucht, nämlich Aufnahme von Klimakonzepten in die Klimakonzepte der Städte und auch Erleichterungen bei der Umsetzung. Also wenn ich das, ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, wenn wir einen Energieausweis haben und es gibt da jetzt in Zukunft auch einen CO2-Nachweis dafür, wieso gibt es denn eigentlich keinen Grün-Nachweis dafür, dass so eine Etablierung tatsächlich stattfinden kann. So, das war mein Vortrag dazu. Nehmen und nicht stehlen, das ist der Blick von unserem Dachgarten in die Stadt rein und wir sehen also praktisch, dass es, ich hätte jetzt heute gerne den Vortrag oben auf dem Dach gemacht, aber das WLAN hat tatsächlich nicht gereicht, um das hinzubekommen. Da sieht man momentan wachsen da Kartoffeln und es gibt ein bisschen Kürbis auf der linken Seite und Zucchini und Tomaten und der Rest ist einfach eine ganz typische Stadt der Nachkriegszeit mit vielen 60er-Jahre-Dächern, die eigentlich alle so eine Verwüstung, also eine Stadtwüste und zur Klimaaufheizung oder zur Aufheizung der Städte irgendwie beitragen, anstelle so einen wunderbaren Ort irgendwie da zu haben. Danke.